Sieht so aus, der Kleine will spielen. Ja, scheint Wille mit uns Verstecken spielen. Schau mal, wie du aussiehst. Schau dich mal an. Ihr beiden solltet lieber nach dem Hündchen Ausschau halten. Da ist es. Nein, Lea. Es ist da. Nein, Chrissy, es ist da drüben. Man könnte fast denken, es gäbe mehr als ein Hündchen hier drin. Das ist wahrscheinlich eine optische Täuschung durch die vielen Spiegel. Aber wie werden wir es hier drinnen dann bloß finden? Nicht mehr nötig. Weil der Kleine längst nicht mehr hier drinnen ist. Kommt mit. Da ist es. So, jetzt haben wir dich. Moment, wo ist es denn jetzt hin? Da. Wie macht er das, Noah? Großes Fragezeichen. Nach meiner Kenntnis ist kein Säugetier zu so etwas in der Lage. Seht doch. Aber, aber, wie ist es so schnell ganz da rüber gekommen? Wie auch immer. Schnapp ihn dir. Oh nein, sag mir, dass das nicht wahr ist. Ich kann's dir sagen. Aber das ändert nichts an den Tatsachen. Oh nein, wie kriegen wir es nur von da oben wieder runter? Ich weiß wie. Los, kommt! Von der höchsten Stelle des Riesenrads aus können wir das Hündchen gut erreichen. Ich glaube es nicht. Jetzt ist es auf der Promenade da drüben. Wie ist es so schnell dorthin gekommen? Moment, seht nur. Oh, und jetzt ist es schon wieder dort oben. Kommt mit. Wartet. Wir laufen hier wie aufgescheuchte Hühner herum und erreichen rein gar nichts. Um den Hund einzufangen, brauchen wir eine Strategie. Lea, du bist unsere Expertin für Haustiere. Hast du eine Idee? Äh, ja, ich hab eine. Ich weiß wie wir das Hündchen schnappen. Statt hinter ihm herzurennen, locken wir es einfach her. Mit diesem Leckerli. Hey Böschchen. Komm schön runter. Machst du Popcorn? Es ist lecker. Hallo, Herr Otter. Nanu? Das Popcorn ist weg. Eine tolle Strategie. Los, weiter. Er läuft da unten, am Strand. Ich hab ihn gerade auf der anderen Seite der Promenade gesehen. Wartet, da ist es. Da ist das Hündchen. So, und jetzt wisst ihr alles, was ich auch weiß. Und das ist nicht viel. Die ganze Sache ist ziemlich unheimlich. Es ist fast so, als könnte dieser Hund an zwei Orten gleichzeitig sein. Aber das ist doch unmöglich, oder? Ja. 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 Okay. 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 Ups. Tut mir leid wegen des Lärms. Es hat die Farbe verschüttet. Hey, ich sagte doch, es tut mir leid. Nein, nein, nein. Es ist toll, dass die Farbe verschüttet ist, weil das Hündchen hindurchgetappt ist. Jetzt brauchen wir nur seiner Spur zu folgen. Deine Pfotenabdrücke führen direkt zum Strand. Das ist fast zu einfach. Er hat die Promenade dort unterquert. Ja, und dann ist er dort wieder rausgekommen. Kommt. Behaltet die Spur fest im Auge. Wenn wir immer den Abdrücken folgen, hat er keine Chance, uns wieder abzuschütteln. Äh, vielleicht schon. Ach du meine Güte. Es läuft hier nur ab. Ich habe keinen Schimmer. Nur eins weiß ich sicher. Wir werden das Hündchen finden. Wir müssen uns nur aufteilen und allen Spuren folgen. Chrissy? Polly, ich sehe das Hündchen. Es ist wieder auf der Promenade, in der Nähe der Spiele. Ich bin gleich da. Leia, ich bin unterwegs zu Chrissy. Sie hat das Hündchen gleich. Chrissy? Aber das Hündchen ist hier. Es läuft am Strand vor mir her. Ach ja? Ist das so? Okay, warte. Ich bin sofort bei dir. Leila, ich bin gerade ziemlich beschäftigt. So beschäftigt, um das Hündchen zu fangen? Es sitzt hier, an der Achterbahn. Aber wie kann es? Lass nur, ich komme zu dir. Polly, komm zum Riesenrad. Und zwar schnell. Das Hündchen ist hier. Aber Schauny, Leila hat es an der Achterbahn gesehen. Hä? Keine Ahnung, warum Leila so etwas sagt. Aber ich habe es hier direkt vor meiner Nase. Siehst du? Ohne jeden Zweifel. Gut gemacht, Schauny. Leia, Leila, Chrissy, kommt schnell her zu uns. Äh, ja, würde ich ja, aber das Hündchen sitzt hier direkt vor mir. Du meine Güte, das kann irgendwie nicht sein, denn ich sehe es hier direkt vor mir. Ich glaube, ihr braucht Allah eine Brille. Aber erst nachdem ihr mir hier geholfen habt, das Hündchen zu fangen. Es ist direkt vor mir. Aber wie kann das sein? Wir beide sehen es doch hier. Die Logik besagt, dass sich die anderen irren müssen. Gut möglich, dass sie durch das lange Herumlaufen in der Sonne einen leichten Sonnenstich bekommen haben. Und das kann zu Halluzinationen führen. Hä? Polly? Es ist absolut unmöglich, dass Chrissy, Leila und Leila alle gleichzeitig das Hündchen sehen. Weil Schauny und ich es doch auch vor der Nase hatten. Aber ich vertraue allen meinen Freunden viel zu sehr, um Zweifel an ihnen zu haben, selbst wenn sie Sachen sagen, die unmöglich sind. Also vergesse ich einfach mal, was unmöglich ist und was nicht und betrachte die Dinge aus einer ganz anderen Perspektive. Und von hier oben habe ich wirklich den Überblick. Ich sehe den ganzen Vergnügungspark, den Strand und... Ein, zwei, drei, vier Hündchen. Ha! Kein Wunder, dass ein Hündchen an zwei Orten gleichzeitig aufgetaucht ist. Naja, jetzt wird uns kein einziges von ihnen mehr entwischen. Okay, Leila, ich sehe dich und das Hündchen vor dir aus der Luft. Wenn du nach links gehst, schneidest du ihm den Weg ab und erwischt es vor dem Pier. Polly, mit deinen Anweisungen hatte das Hündchen keine Chance. Das hat toll geklappt. Und wie das geklappt hat. So gut, dass wir alle ein Hündchen gefangen haben. Aber wieso? Wie kommt es, dass es plötzlich so viele Hündchen sind? Weil es von Anfang an so viele waren. Da, bitte. Die Hündchen! Wartet einen Moment. Meine Mami hat eine Belohnung für euch. Oh, die Hündchen sind wieder da. Das muss ich Mami sagen. Huch, ihr habt die Hündchen gefunden. Ich glaub's einfach nicht. Wer seid ihr denn? Die Hündchen, sie sind wieder da. Das muss ich Mami sagen. Äh, kann mir jemand erklären, was hier läuft? Ach du meine Güte. Ihr habt die Hündchen meiner Mädchen gefunden. Aha. Vier gleich aussehende Hündchen für vier gleich aussehende Bierlinge. Habt vielen, vielen Dank. Ich hol euch eure Belohnung. Oh, nicht nötig. Die Hündchen sind wieder zu Hause. Das ist für uns die schönste Belohnung. Und außerdem haben wir ja noch einen ganzen Tag im Vergnügungspark vor uns. Na ja, einfach war es nicht. Aber Ende gut, alles. Äh, Polly? Oh, das Ganze nochmal von vorn. Ja, Polly Will ist großartig. Aber es wird jeden Tag großartiger. Zwei neue Mädchen sind hergekommen. Eine kommt aus der Großstadt und die andere kommt vom Land. Und beide werde ich genau jetzt treffen. Hi, ich bin Polly. Äh, hi, ich bin Leila. Und ich bin Lea. Äh, warum das Spruchband? Ja, wer organisiert denn eine Willkommen-zu-Hause-Party für zwei neue Mädchen? Ich. Polly Will ist euer neues Zuhause. Und wie könnte man euch besser begrüßen als mit einer Party? Hey, nicht so schnell. Zuhause? Ich bin gerade erst angekommen. Entschuldigung, aber wer weiß, ob ich hier bleibe. Na ja, Polly Will sieht ganz nett aus, aber... Ach, mir fehlen schon jetzt die Felder und Farmen wie da, wo ich herkomme. Und mir die Skyline, die Wolkenkratzer, die Fünf-Sterne-Restaurants der Großstadt. Oh nein, bitte, gebt Polly Will eine Chance. Nirgends sonst könnt ihr den besten Tag aller Zeiten erleben. Ich werde es euch beweisen. Mit der besten Willkommens-Party aller Zeiten. Für euch beide. Ihr werdet sehen. Ach, ist das toll! Ja, wow! Aber bei dieser Party scheint etwas Wichtiges zu fehlen. Ich weiß nicht, wie er das hier macht, aber zu einer Party in der Großstadt gehören... Na ja, Gäste. Oh, die sind längst eingeladen. Aber ich wollte, dass ihr die Ersten seid, damit ihr das Essen und die Musik aussuchen könnt. Ihr sollt euch hier möglichst schnell einleben. Und damit ihr euch wirklich in Polly Will willkommen fühlt, feiern wir die beste Party aller Zeiten. Ich weiß nicht. Nun kommt schon. Okay. Wow, ich muss nichts auflegen. Zuerst das Essen. Ich kenne einen Diner, da gibt's einfach alles. Wir bestellen, was ihr haben wollt und dann geht's weiter. Äh, nein. Das mag ich nicht. War wohl nichts. Na gut, wie wär's mit Trothahn? Mir fällt nichts mehr ein. Orientalischer Dip? Hey, Rick, ich hab's! Pizza! Jeder mag doch Pizza. Super! Gut, und was wollt ihr als Belag? Salami, bitte! Nein, kein Fleisch, bitte. Ähm, Auberginen? Zu vegetarisch. Sardellen, bitte. Ihh, zu fischig. Das hatte ich mir etwas einfacher vorgestellt. Okay, vergessen wir vorerst das Essen. Wollen wir die Musik aussuchen? Da werden wir uns bestimmt schnell einig. Ist doch klar, für eine richtige Party ist natürlich lauter Radmusik. Das ist eine ganz schlechte Idee, wenn man die Klänge der Natur hören möchte. Oh, zu leise. Stimmt nicht. Okay, vergessen wir vorerst das Essen und die Musik. Wir suchen jetzt etwas aus, das allen Spaß machen wird. Wie wär's mit einer verwirrt Party? Oh ja. Na also. Ich liebe es, verwirrt zu werden. Oh, nehmen wir uns Haarbürsten? Toll. Ich bürste dein Haar mit meiner und du dann meins mit... ...deiner. Vergessen wir's. Meine Freundin Chrissy ist die begabteste Künstlerin in ganz Polyville. Wenn man eine kreative Lösung für ein Problem braucht, muss man sich an sie wenden. Vorausgesetzt, sie bemerkt einen überhaupt. Denn wenn Chrissy in ihrer Kunst vertieft ist, vergisst sie alles um sich herum. Dann muss man aktiv werden. Hup! Au, hey Pally. Ich hab dich gar nicht reinkommen sehen. Ich arbeite gerade mit einem fantastischen neuen Material. So etwas hab ich noch nie gesehen. Und ich hab schon alles gesehen. Was soll das denn werden? Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht wird es mein Meisterwerk. Oder doch nur mein Mittagessen. Mh, Kartoffelbrei. Oh, wie aufregend modern. Und biologisch abbaubar. Danke. Chrissy, wir brauchen deine Hilfe. Äh, ja? Okay. Hat dein kreativer Kopf eine Idee für eine krasse Party? Für Layla und Lea, die nie der gleichen Meinung sind? Ja, doch. Und was wäre das? Eine Kunstparty natürlich. Das ist eine tolle Idee. Dann lasst uns anfangen. Ich besorge Papier und ein paar Filzstifte. Und ich besorge Farbe und Kittel. Und ich frage meine Eltern, ob sie uns ein paar Kunstwerke aus ihrer Sammlung leihen. Und ein paar ihrer Künstlerfreunde lade ich zum Empfang ein. Und dann brauchen wir noch Limousinen für die Kritiker. Was? Meintest du nicht Kunstparty? Es tut mir leid, Polly. Aber wie es scheint, können wir beide uns auf absolut nichts einigen. Das ist das Erste aus deinem Mund, dem ich zustimme. Es ist nicht deine Schuld, Polly. Vielleicht ist Pollyville der falsche Ort für uns. Wartet. So schnell gebe ich nicht auf. Was sagt die Uhr? Hoch. Nicht nur viel Zeit bis zur Party. Los, kommt. Meine Freundin Sharni hat bestimmt eine Idee. Sie ist ein absolutes Genie. Schließlich hat sie einen Raketenantrieb für diesen Scooter konstruiert. Sieht ihr? Das ist für Raketen. Lea und Leila, das ist Sharni. Sharni weiß eine technische Lösung für jedes Problem. Sie hat den IQ einer Hochbegabten. Stürzt dich, dass ich mit ihr angebe? Nein, wieso? Ich kann es ja auch beweisen. Auf diesem Schaubild seht ihr die harten Fakten. Schon in Ordnung. Eigentlich brauchen wir deine Hilfe für ein Riesenproblem. Riesenproblem? Kein Problem. Hier drin findet sich mit Sicherheit die Lösung für jede eurer Schwierigkeiten. Was habt ihr für ein Problem? Ein astrologisches, biologisches oder mythologisches? Überlass die Lösung mir. Ich habe bestimmt das richtige Gadget dafür. Großartig. Ich will eine Party geben, die zwei Personen, die sich auf nichts einigen können, am Ende ganz wunderbar finden. Dafür habe ich wohl keine technische Lösung. Tut mir leid, Polly. Proton, Photon, Elektron. Damit kann ich helfen. Aber Partys? Ich glaube, eine Lösung für das Problem wird man nie erfinden. Schon in Ordnung, Sharni. Ich weiß, irgendwo in Pollyville muss es etwas geben, mit dem euer Willkommen absolut perfekt wird. Und wir werden es finden. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Oh nein. Das beste Willkommen aller Zeiten ist heute gar nicht mehr möglich, denn der Tag ist zu Ende. Tut mir echt leid. Was tut dir leid? Ja, es war doch der beste Tag aller Zeiten. Ja, das finde ich auch. Wirklich? Das findet ihr? Ja. Ja. Wir haben alle kennengelernt. Und alles gesehen. Alles an einem Tag. Ich kann mir kein besseres Willkommen in Pollyville vorstellen. Ich mir auch nicht. Morgen müssen wir unbedingt wieder den Salon besuchen. Unbedingt. Und dann den Wochenmarkt. Das wollte ich auch gerade sagen. Also ihr bleibt? Alle beide? Na klar. Warum sollten wir Pollyville verlassen? Pollyville ist unglaublich. Wir fühlen uns schon wie zu Hause. Und das wegen dir, Polly. Ach, gut. Und nach dem Wochenmarkt besuchen wir am besten... Gut. Vielleicht war alles nur ein Zufall. Aber ich hab's hingekriegt. Das beste Willkommen aller Zeiten für alle beide. Danke nochmal, Polly. Für alles. Oh. Na dann. Gute Nacht. Mhm. Ja, morgen ist ein großer Tag. Und wir sind geschafft. Ich auch. Und jetzt ab nach Hause. Für den tiefsten Schlummer aller Zeiten. Wir haben es verdient. Lachen! Lachen! Wir freuen uns riesig, dass ihr hier seid. Ihren tollen Tag? Ach ja, die Party. Die hatte ich ganz vergessen. Ich auch. Und nach diesem tollen Willkommen für uns heute sind wir fix und fertig. Aber was ist mit der Willkommensparty? Da es schon so spät ist und wir unsere Augen kaum offen halten können, sehe ich nur eine einzige Möglichkeit. Wir machen daraus die beste Pijama-Party aller Zeiten. Für einen guten Zweck. Oh, wann ist Polly denn endlich mit ihren Keksen fertig? Wenn mich mein hundertprozentiger Geruchssinn nicht täuscht, ist es gleich soweit. Drei, zwei, eins. Wer möchte einen Keks? Hey! Gut. Hier ist eine für dich, für dich, für dich und für dich. Deine Haferflockenkekse sind reine Kunstwerke, Polly. Sie hat recht. Er scheint deine Kekse nicht zu mögen, Polly. Aber er ist der einzige. Oh, die sind so absolut wunderbar. Absolut schrecklich. Lea? Was ist passiert? Es geht um den Pollyville-Park. Ich weiß, es läuft schon seit einiger Zeit eine Spendenaktion, damit eine Schaukel für den Kinderspielplatz gekauft werden kann. Ja, aber es ist einfach nicht genug Geld zusammengekommen und heute Abend läuft die Frist ab. Das heißt, es wird nichts mit der Schaukel? Wie schrecklich. Ich möchte irgendwie helfen, solange noch Zeit ist. Aber ich habe einfach keine Idee, wie man das Geld so schnell zusammenbekommt. Hier ist ein Keks. Das hebt die Stimmung. Ich glaube, das schafft kein Keks. Hey, der ist wirklich lecker. Denkt ihr das Gleiche, was ich denke? Na klar. Ja, dass Rubidium ein alkalisches Metall ist? Ich habe keinen Schimmer, aber das zählt als Ja. Ich brauche noch eine kleine Aufmunterung. Kannst du vielleicht noch ein paar mehr von deinen Keksen backen, Polly? Mit Sicherheit, aber nicht für dich. Denn wir werden sie verkaufen und sammeln damit das Geld für den Park. Du bist die Beste, Polly. Aber du musst dich beeilen. Die im Park brauchen das Geld spätestens heute Abend. Rein rechnerisch ist es ganz einfach. Wenn wir viel Geld sammeln wollen, Polly, musst du viele Kekse backen. Aber ich habe nie mehr als zehn, zwölf Stück auf einmal gebacken. Ich werde Hilfe brauchen. Ich könnte schnell meine Helfer-Robotine holen. Nein, danke, Shawnee. Deine Robotine ist eine unglaubliche Maschine, aber ich backe ausschließlich in Handarbeit. Und wenn ihr alle mit anpackt, können wir in kürzester Zeit jede Menge Kekse backen. Da gibt's nur ein Problem, Polly. Naja, niemand von uns weiß, wie deine Kekse gebacken werden. Dann nutzen wir, was ihr schon wisst. Shawnee, du weißt mehr über wissenschaftliche Dosierungen als sonst jemand hier. Völlig korrekt. Also wirst du die Zutaten abmessen. Chrissy, du bist die beste Künstlerin in der Stadt. Deine Aufgabe ist, die Kekse zu verzieren. Wird gemacht. Was ist mit mir? Es gibt doch bestimmt eine wichtige Aufgabe, die jemand mit meiner Klasse und meinem guten Geschmack übernehmen kann. Ja, mit deinen außergewöhnlichen Qualitäten wirst du unsere Geschmacksexpertin. Also Leute, fangen wir an. Mh, lecker. Voila, die Kekse. Was duftet hier so? Bringst du das aus? Oh, die sind auch. Wie das duftet. Mh, Kekse. Mh, Kekse. Die sind ausverkauft. Eine tolle Nachricht. Und hier die schlechte. Das Geld reicht leider nicht für die Kinderschaukel. Und hier noch eine schlechte Nachricht. Seht nur. Wir sind ausverkauft. Und jeder, der Kekse gekauft hat, möchte noch mehr. Und anscheinend haben viele ihre Freunde mitgebracht. Warum sollen das denn schlechte Nachrichten sein? Bei so vielen Kunden könnten wir noch tausende von Keksen verkaufen. Ja, und dann bekämen wir genug Geld, damit die Kinder ihre Schaukel bekommen. Meinst du, das können wir wirklich schaffen, Polly? Ich weiß, dass wir es können. Lea, du bleibst hier. Und sorge mit allen Mitteln dafür, dass die Kunden bleiben. Wir anderen kaufen mehr Zutaten, backen viele Kekse und sind so schnell wie können wieder da. Wir haben bereits alle Vorräte bei mir zu Hause aufgebraucht. Deshalb habe ich eine Einkaufsliste gemacht. Okay, dann schnappen wir uns mal das ganze Mehl, das es hier gibt. Äh, welches Mehl denn? Oh nein, es ist ausverkauft. Hier gibt's fast gar nichts. Wenn mich meine hundertprozentige Beobachtungsgabe nicht täuscht, fehlt in diesem Laden all das, was wir brauchen. Jetzt nur keine Pan. Aber die Zeit rennt uns davon. Gut, dann teilen wir uns auf. Geht in jeden Laden den Pollyville, der euch einfällt. Irgendwie kriegen wir die Zutaten schon zusammen. Geht in jeden Laden. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich gehe mit dem Hund wohl lieber wieder nach Hause. Oh nein! Oh, bitte nicht weggehen! Ich habe noch ein Lied für Sie. Äh, ähm. Old MacDonald hat ein Haus. Oh, warum sind Sie jetzt dann lieb? Da schaut ein Hund zum Fenster raus. Äh, äh, äh. Oh! Ich habe nur das hier gefunden. Wir haben nicht genug Zutaten. Was machen wir denn nun? Was können wir denn machen? Kein Mensch kann daraus genügend Kekse backen. Absolut richtig. Absolut richtig. Das kann wirklich kein Mensch. Hä? Und deshalb habe ich Shawnee gebeten, etwas von zu Hause zu holen. Meine Helfer-Robotine. Ach, jetzt! Ich habe mir erlaubt, die internen Schaltkreise der Robotine so zu verändern, dass sie jede organische Substanz in die gewünschten Zutaten transformieren kann. Sie kann jedes Lebensmittel in Zutaten verwandeln, die wir für unsere Kekse brauchen. Wer damit? Ihr habt's gehört. Schnappt euch alles, was geht. Schnappt euch alles, was geht. Ich habe ihn. So, und damit wären wir wieder am Beginn unserer Geschichte. Ich muss schon sagen, diese Robotine produziert Kekse wirklich wie am Fließband. Warum haben wir sie nur nicht er eingesetzt? Oh, der schmeckt ja schrecklich. Lass mich das beurteilen. Schließlich bin ich, du Geschmackstesterin hier. Und... Oh, du meine Güte. Wir sind ja ekelhaft. Wir müssen von vorn anfangen. Unmöglich. Polly hat nicht mal mehr einen Tropfen Senf oder Ketchup. Es gibt keinen Nachschub mehr für die Helfer-Robotine. Und auch nicht mehr genug Zeit, bevor die Frist abläuft. Sieht so aus, als bekämen die Kinder ihre Schaukel doch nicht. Glaub mir, die magst du nicht. Ihm scheinen sie doch zu schmecken. Ja, das ist schön für ihn. Aber wir werden wohl leider kaum Leute finden, die so verrückt nach diesen abscheulichen Keksen sind wie er. Du hast recht. Uns Menschen schmecken diese Kekse bestimmt nicht. Und warum freust du dich dann so? Weil ich weiß, was wir mit diesen Keksen anfangen können, damit die Kinder ihre Schaukel kriegen. Ich habe anscheinend richtig Talent für Stepptanz. Ihr habt's geschafft. Die Kekse sind rechtzeitig fertig. Naja, es ist nicht so, wie du denkst. Wie? Was hat sie gesagt? Wie war das? Merkwürdig. Was ist denn jetzt los? Ihr habt Hundekekse gebacken? Keine gewöhnlichen Hundekekse. Meine kleine Janie hier fand noch nie etwas so lecker. Ich wollte hier eigentlich Kekse für mich kaufen, aber wenn ich sehe, wie sehr sich Janie über diese Leckerli freut, gebe ich gerne Geld für sie aus. Geil! Ja, hier haben wir unsere Kekse gemacht. 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 Wie ich immer sage, alles ist möglich, wenn ihr eure Fantasie einsetzt. Am Anfang gab's Probleme mit unserem Kekse-Buzzer, aber wir haben daraus einen riesen Erfolg gemacht. Wir haben genug Geld gesammelt und in der vorgesehenen Zeit. Es hätte nicht besser laufen können. Ich bin rundum begeistert. Ja! Gut! Ja, hier haben wir unsere Kekse gemacht. Warum warst du nicht her? Und du hast dich geschossen, mit einem Meyer-Euro-Zoll fallout Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020